Grüeis euch Leid, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dieses Video ist nur ein ganz kurzes Recap. Ich spiele jetzt seit vier Jahren Football, seit einem Jahr mache ich YouTube und deswegen ein kurzer Rückblick. In der Zeit konnte ich viel lachen, habe viele Erfolge feiern dürfen. Undefeated Champions mit der zweiten Mannschaft, Rookie of the Year 2018. Habe den Sprung in die erste Mannschaft geschafft, habe ein Stipendium bekommen für die USA, fürs Football spielen. Wurde für die Nationalmannschaft eingeladen, dort beim Tryout teilzunehmen. Und ich wollte mich einfach kurz bedanken bei jedem, der mich auf diesem Weg begleitet hat. Oder mir auch den Weg gewiesen hat, sage ich mal. Wie zum Beispiel mein erster Head Coach Stocki, der mich seit dem ersten Training einfach in sein Herz aufgenommen hat. Mein erster Quarterback Joey Frias, der mir vieles gezeigt hat. Basti, der mich sozusagen unter seine Fittiche genommen hat, mir gezeigt hat, wie Football überhaupt funktioniert, was ich anders machen kann. Miami, mein Senior, der mich gekauft hat, der sich um mich gekümmert hat. Munich Cowboys im Generellen. Ich habe viele neue Freunde gefunden, wie... Juli, Flo, Lukas, noch ein Flo. Und es ist echt eine gute Zeit bisher. Und deswegen einfach nochmal ganz kurz ein riesengroßes Danke auch an Katrin, die mir bis dato immer zur Seite stand. Wenn es darum ging, wie ein Video aussieht, hat es einfach bewertet, bevor ich es hochgeladen habe. War auf fast jedem Spiel von mir. Danke für eure Unterstützung. Danke, dass ihr mir zuschaut. Auch ein Jahr YouTube ist nicht so einfach. Ich habe es auch unterschätzt. Aber schneid erstmal ein paar Videos und lad sie hoch. Deswegen nochmal ein riesengroßes Danke und seid dabei. Wenn es weiter geht, dann wollen wir nächste Woche mal ein neues Video. Let's go!